Hi, hier bin ich wieder bei Let's Play Bankrupt und ich glaube ich die ich nehme jetzt wirklich schon sehr lange auf die müssen eigentlich ein paar Monster rumlaufen nur 7 äh, Eisen, nicht grad die Krisenausbeute aber es soll erstmal reichen jetzt sieften zwei Eisen übrig bleiben so ja, 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 Cobblestone kann ich gar nicht, oh, Alter, jetzt hab ich ja dann vier Cobblestone ja, den kann ich gut für die Brücke gebrauchen also es ist gar nicht so schlecht dass ich jetzt abbaue nur ich brauch halt echt mal ein bisschen mehr Eisen so äh, das ist ein Zombie gelaufen okay, wo könnte jetzt eine Hülle sein? eigentlich überall hey, ich bin greif' nicht an, oder? Nee, das wär ja auch schon ein Aserter von dir Spinnen sind ja wenigstens noch sozial die greifen wenigstens nicht an die creeper na, creeper sind ganz böse Prozent Prozent der Stuttgart und den ganzen Wald hier sieht man gar nicht was wo hier was ist da hat gar keinen weiten Klinkt Prozent kein weiteres Blickfeld und da kann man auch nicht er kann man auch schlecht sagen da und da jetzt könnte da können die Hülle sein und hier ist okay hier muss ich ja gar nicht wird auch mit die war toll bis nix ja ich habe eh keine Spitzacke also nur nur einer aber die ist ja fast kaputt ich darf nicht nicht so weit weglaufen ich weiß ich nicht mehr von wo genau ich kam Prozent Niedern jetzt nicht gerade wirklich gut aber ich glaube ich bin wieder richtig ich glaube ja ich bin tatsächlich und da gehe ich jetzt mal trotzdem grabe ich mich mal hier hinten ich will wenn er bei den steilen runtergehen hier beim Loch bei diesem riesigen Loch hier graue ich mich mal irgendwie runter dass hier ich bin ich hier runterkommen ja ne 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 so 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 dann sind wir auch hier schön betrunken also kommt hier schon runter so und dann gibt es auch keine Beschwerden da Prozent Prozent ich bin ich aber in ihrer Weise weil ich mich konzentriert habe auf das Bauen der Leiter der der Treppe sozusagen und hier ist jetzt Kohle ich hätte einfach jetzt sollen grad nur den uns machen eine Schaufel ihr wisst was ich meine habe ich Cobblestone dabei ich hoffe mal einfach weil ich habe schon Eisen gefunden ja ich habe Cobblestone dabei und Holz auch gut dann mache ich mir hier einfach eine Axt äh eine Spitzhackung äh wie wann will eigentlich noch hier äh ich mache hier einfach jetzt mal hier das alles weg und das eine Kohle den lasse ich da oder ne oh scheiße das war es auch schon äh das ist böse äh warte mal ich würde mal sagen ne ich kann jetzt nicht hier einfach beenden weil das ist eine schlechte Stelle zum Wenden äh 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 so eine Craftingbox äh 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 so gut so dann haben wir hier wieder Spitzhacken können wir grad mal hier die Kohle abbauen schon die ganze Zeit ein Zombie können auch mehr oder so sein weiß ich nicht hier ist wieder eine Menge Kohle wenn ich alles abgebaut so so Gott äh na 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 Kohle abbauen ist nicht sehr äh äh ähm 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 Wort 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 Ne Äh danke dass es hier nicht weiter geht äh aber ernsthaft äh das hat mich grad auch wenn sich nicht so angehört aber es war grad es hat mich einfach nur übelst erschrocken äh ernsthaft ich war grad übelst erschrocken äh erschreckt worden von diesem scheiß creeper ey das war grad übel wo bist du Zombie ach das ist unfair ne wenn der jetzt ah ne ich kann hier jetzt nicht sterben kann ich nicht bringen deshalb deshalb werde ich mich einfach mal besser vorbereiten gehen aber das eisene nehme ich noch mit ja ich glaube der ist direkt über mir ich hoffe einfach mal dass er nicht hier runter kommt äh äh ja so äh komm ich hier nicht hoch doch so ich hab mich hier irgendwie grad einfach nur runter gebaut und nicht runterkommen aber ja der Weg ist ja irgendwie leicht zu erkennen naja ich darf halt nicht dann mal runterfallen so äh hier werde ich dann beim nächsten Mal weitermachen also wieder runtergehen und ja dann ach Schweine ich geh mal grad Schweine suchen na wenn man mal Schweine braucht dann sind sie nicht da aber Hühner auch ich hab hier auch irgendwie noch glaub ich keinen Hund gesehen schraub ich mal ich weiß es nicht oh cool ich weiß nicht was cool ist weil es könnte auch böse aussehen das war jetzt sehr schlau ich 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 gehe mal grad ein bisschen rein kann na ok genau was hab ich befürchtet na aber egal ich will Schweine ich will es nicht so weit weglaufen und sobald ich dann ein Schwein gefunden habe das war was tropft werde ich dann die Aufnahme hier beenden boah ich höre schon wieder Zombie ich glaub ich hab mal immer Leder ich glaub da ist grad ein Zombie gestorben ich weiß es aber nicht damit ich mir also ich hab mir das Leder damit ich ein Rostum machen kann für was kann man eigentlich sonst Leder benutzen ich glaub mir nix oder ich will ungeheuer sterben hier ich will ungeheuer sterben hier ich will ungeheuer sterben hier da jetzt die Kuh oh hier ist auch eine Höhle ja die hat eins getroppt ich bräuchte echt mal Fleisch und jetzt kommen irgendwie die Höhlen jetzt wo ich kein Leben hab dies was wenig ok hier ist auch äh Höhle und so ähm das wäre dann ähm dort wo das Loch ist einfach nur noch weiter nach oben und jetzt wird es dunkel hier irgendwo in der Nähe ist ein Zombie toll und gleich werden hier ganz viele Zombies sein und das will ich eigentlich gar nicht ich will eigentlich nur in mein Bettchen und dann äh diese Nacht hier halt überleben aber jetzt sind wir schon ziemlich nah am Haus jetzt kann uns eigentlich nicht mehr so viel passieren ne hier spawnen hier spawnen ich kann ich weine ähm ja 0 Uhr 0 haben wir und das war's für heute mit Minecraft wir sehen's beim nächsten Mal wieder Ciao ich bin da jetzt immer die Aufnahmen mit dem Schlafen gehen Ciao 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 ciao